Meine erste Begegnung mit meiner Frau fand auf der Geburtstagsfeier meines Freundes statt. Sie kam mit ihrer besten Freundin Petra zur Party. Es war eine dieser zwanglosen Zusammenkünfte, bei denen Freunde zusammenkommen, um bei gutem Essen und Trinken zu feiern. Während ich mich unter die Leute mischte, konnte ich nicht anders, als sie auf der anderen Seite des Raumes zu bemerken. Sie stach aus der Menge heraus. Es war sonnenklar, dass sie eine sehr schüchterne Person war. Ich weiß nicht warum, aber das zog mich sofort an. Ich fühlte mich den ganzen Abend über zu ihr hingezogen, stahl Blicke, wann immer ich konnte. Es war etwas an ihrer Anwesenheit, die mich faszinierte. Schließlich kamen wir ins Gespräch und es gab eine sofortige Verbindung. Sie vertraute mir ihre Probleme mit sozialer Angst an und offenbarte, dass es schon eine Weile her war, seit sie das letzte Mal an einer Party teilgenommen hatte. Wir begannen viel zu schreiben und als sie sich mit mir wohler fühlte, begannen wir auszugehen. Wir verliebten uns und nur sechs Monate später machte ich ihr einen Heiratsantrag. Wir heirateten im nächsten Jahr. Schnellvorlauf drei Jahre. Meine Frau ging normalerweise nicht mit Freunden aus. Ich hätte sie natürlich unterstützt, aber sie war ein wenig sozial ungeschickt, also sprach sie meistens mit ihren Freunden online. Trotz einiger Verbesserungen seit unserem ersten Treffen hatte sie immer noch Probleme mit sozialer Angst. Sie hatte eine beste Freundin, die wir beide gut kannten, namens Petra. Sie sah sie so oft wie möglich, aber sie lebte fast eine Stunde entfernt. Wir hatten eine offene Telefon- und Computerpolitik zwischen uns, aber meine Frau war so ein süßer kleiner Engel, dass ich nie das Bedürfnis verspürte, nachzusehen. Sie war zwar viel am Computer und am Telefon, aber normalerweise immer noch interaktiv mit mir. Sie machte deutlich, dass mir ihre Aufmerksamkeit und Zeit wichtig waren. Das begann sich zu ändern, als sie anfing, länger im Badezimmer zu bleiben, manchmal sogar die Tür abzuschließen, und genervt schien, wenn ich etwas wollte, während sie in einem ihrer elektronischen Geräte vertieft war. Ich wurde offiziell misstrauisch, als sie mich fragte, ob sie mit ihrer neuen Freundin zum Mittagessen gehen könne. Sie ging sogar so weit, mir die Nachrichten zwischen ihnen zu zeigen, aber es waren nur wenige über das Treffen. Sicher, ihr Name war im Telefon als Frauenname gespeichert, aber wie konnte ich wissen, wer es wirklich war? Ich bat sie, dieses Mädchen anzurufen, damit ich Hallo sagen könnte, aber sie sagte, sie könne das gerade nicht, weil sie bei der Arbeit sei. Sie versicherte mir, dass sie oft miteinander telefonierten, wenn ich bei der Arbeit war. Das war etwas mehr beunruhigend als beruhigend. Als der Tag kam, an dem sie dieses Mädchen zum Mittagessen treffen sollte, bestand meine Frau noch energischer darauf, dass sie gehen würde und dass ich ihr vertrauen müsste. Wie gesagt, war sie immer sehr introvertiert und hatte Probleme mit sozialer Angst, also war alles an diesem Mittagessen sehr seltsam. Mein Bauch sagte mir, dass etwas nicht stimmte. Nachdem sie in ihrem alten Auto weggefahren war, stieg ich in meines und folgte ihr mithilfe unserer Familienortungs-App, aber sie schaltete sie nach etwa 15 Minuten Fahrt aus. Sie wollte nicht, dass ich wusste, wo sie war. Das war entmutigend. Ich fuhr die Straße auf und ab, an der sie die Ortung ausgeschaltet hatte. Sie war voller kleiner Restaurants und verschiedener Geschäfte. Nach fast 20 Minuten Suche war ich kurz davor aufzugeben, weil ich das Gefühl hatte, dass sie mich zu diesem Zeitpunkt vielleicht ausspionieren könnte und ich würde es nicht merken. Aber dann sah ich ihr Auto auf einem der Parkplätze eines Restaurants. Also parkte ich in einiger Entfernung und trug meinen Hut, meine Sonnenbrille und meinen Schal in das Restaurant. Bevor mich die Kellnerin überhaupt begrüßte, sah ich sie, meine Frau und den Freund von Petras. Ich konnte es nicht glauben. Sie traf sich hinter meinem Rücken mit einem anderen Mann und es war der Freund ihrer besten Freundin. Sie hat ihren Ehemann und ihre beste Freundin verraten. Warum fühlte sie das Bedürfnis, das zu tun? Mein Herz schlug schneller und ich bin sicher, dass mein Gesicht rot war, als die Gastgeberin versuchte, mich zu platzieren. Ich sagte ihr, dass ich nicht bleiben würde. Ich schlich mich hinüber, um ein gutes Foto von ihnen zu machen, dann ging ich zurück zu meinem Auto. Ich wartete entschlossen und begierig darauf, sie bei dem zu erwischen, was auch immer sie taten. Meine Frau stieg in das Auto von Petras Freund ein und ich folgte ihnen in einiger Entfernung zu Petras Haus. Petras Auto stand nicht in der Einfahrt und meine übelkeitserregenden Vermutungen wurden nur noch größer. Sie gingen ins Haus und ich saß im Auto und überlegte, was ich tun sollte. Meine Frau verdiente nicht sehr viel Geld, aber ihre Eltern würden ihr jeden Monat ziemlich hohe Summen aus verschiedenen Gründen schicken. Ich entschied, dass ich, wenn ich sie beim Betrügen erwischte, es ihren Eltern sagen würde. Sie hatten sehr hohe Erwartungen an ihre Tochter, die weder Betrug noch Scheidung einschloß. Dann entschied ich mich, hineinzugehen. Die Haustür war verschlossen, aber es war nicht schwer, einen Ersatzschlüssel zu finden. Er lag unter einer Matte. Das Entsperren der Tür war lauter, als ich wollte, und ich hörte ein paar Bewegungen, als die Tür sich öffnete. Ich trat ein und schloss sie hinter mir, in der Hoffnung, dass sie dachten, das Geräusch käme von draußen. Das letzte Geräusch, das ich hörte, klang, als käme es aus der Küche, also ging ich langsam dorthin und hielt die Augen offen. Als ich dort ankam, war niemand da, aber es gab eine Tür, die in den Keller führte. Ich öffnete sie nicht. Ich verschloss sie nur. Wenn sie dort drin waren, würden sie irgendwann gefunden werden. Ich durchsuchte den Rest des Hauses und fand sie nicht, also steckten sie definitiv im Keller fest. Ich verließ das Haus, schloss es ab und gab den Schlüssel zurück, bevor ich nach Hause fuhr. Bevor ich überhaupt nach Hause kam, rief mich Petra an. Sie sagte, sie hätte gerade meine Frau und ihren Freund im Keller zusammengefunden. Ich tat so, als wüsste ich von nichts und sagte ihr nicht, dass ich es war, der sie eingeschlossen hatte. Sie konnte es nicht glauben und ich konnte hören, wie sie alle stritten und versuchten, die Dinge zu erklären. Ich entschuldigte mich noch einmal bei Petra, dass sie das mit mir durchmachen musste. Ich bat sie, mir Bildschirmfotos von dem zu schicken, was sie hatte, denn diese Betrüger mussten zur Rechenschaft gezogen werden. Als ich sie bekam, schickte ich sie an die Eltern meiner Frau. Ich postete auch einige nicht explizite Fotos auf Facebook und markierte meine Frau. Petra tat dasselbe und markierte ihren Freund. Die sozialen Medien explodierten mit Kommentaren gegen sie beide. Sie wurden geächtet. Meine Frau rief mich drei Stunden später an. Sie war immer noch nicht nach Hause gekommen. Ich stellte mir vor, weil sie das Gefühl hatte, dass ich wusste, was sie tat. Sie hatte einen traurigen Ton, als sie mir sagte, dass es ihr Leid tat und fragte, was sie tun könnte, um das zu verbessern. Ich sagte ihr, dass es nichts gab, was sie tun könnte. Ich hatte ihren Eltern bereits Bescheid gesagt und plante, die Scheidung einzureichen. Als ich ihr das sagte, weinte sie und fing an zu weinen. Gerade dann rief ihre Mutter sie auf der anderen Leitung an. Sie legte auf und rief mich zurück. Sie weinte so sehr, dass ich sie kaum verstehen konnte. Es tat gut zu hören, wie sie litt. Ähnliche emotionale Qualen, die sie mir zugefügt hatte. Sie versuchte mir zu sagen, dass sie jetzt niemanden mehr hatte und ich fragte sie, wie das mein Problem war. Dann versuchte sie verschiedene Taktiken, um mich zurückzubekommen oder mir auch nur einen Funken Gnade zu zeigen, sogar so weit zu gehen, mir einen Freifahrtschein für Sex mit einer anderen Frau anzubieten. Ich lehnte ab und sagte ihr, dass ich jetzt mit jeder schlafen könnte, die ich wollte, weil ich Single war. Sie versuchte während der gesamten Scheidung jeden Tag Kontakt mit mir aufzunehmen, aber ich ignorierte sie. Schließlich ließen wir uns scheiden, und ich durfte das Haus behalten. Petra und ich sind nach all dem gute Freunde geworden. Ich erholte mich schnell von dem Verrat, aber Petra nicht. Ich versuchte ihr so gut ich konnte zu helfen. Trotz des Verrats ihres Freundes konnte sie das Gefühl des Verrats von ihrer besten Freundin, meiner Ex-Frau, nicht abschütteln. Es fiel ihr schwer, anderen zu vertrauen und die durch den Verrat zugefügten Wunden waren tief. Sie beschloss, eine Therapie zu beginnen. Ich hoffe, dass auch sie eines Tages von dem Schmerz genesen kann. Ich wünsche ihr alles Gute. Ich wünsche dir alles Gute. Untertitelung des ZDF, 2020